Diesmal gab es wenigsten Bereitschaftscheck. Schaut mir auch gerne mal in die Kommentare, wie das mit der Musik im Hintergrund ist, ob euch die stört. In den anderen Videos hatte ich noch keine Musik. Dann lasse ich das nämlich demnächst wieder weg. Ja, das geht ja gut los. Das funktioniert so nicht, Alter. Ohne Flax. Was soll immer du da tust? Hör auf damit! Okay, das war mein Fehler. Bin in der Suppe stehen geblieben. Ich glaube, ich sollte aufhören, Random Keys zu laufen. Macht mich doch gerade sehr... nervt mich gerade ein bisschen, sage ich mal. Wenn man die Leute nicht anschreien kann. Damit man sein eigenes Versagen überspielen kann, Hust. Immer ohne Flax. Abwarten, wie es läuft. Gut, dann in der Scheiße nicht stehen. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Jetzt wäre ich fast hier in die Suppe gesprungen. Wäre auch geil gewesen. Das ist direkt ein Boss oder was? Das ist direkt ein Boss oder was? Das ist direkt ein Boss oder was? Gut, jetzt erinnere ich mich an diesen Scheiß. Jetzt erinnere ich mich daran, an diesen Scheiß Strahl. Oh, ich bin zu langsam. Nein, ich bin nicht zu langsam. Ganz ehrlich, das war der Strahl oder das ist jetzt nicht mein Fehler gewesen oder täusche ich mich da. Der stand da jetzt im Strahl drin. Jungs, ihr macht das nicht. Schade. Komm, Big Daddy, rotz ihn weg. Big Daddy, du machst das. Schade. Schade, schade. Kommt jetzt hier der Strahl oder was? Ja. Ich fühlte Rollanze. Wo ist er? Ey, what the fuck man? Leck mich am Arsch ey. Kommt rein. Ich dachte, er so weiter nach links stand, er dachte, da geht er hin. Oh, zu gütig. Kommt rein. Das Wasser ist rein. Das Wasser ist rein. ich sehr gut geh kaputt jetzt du Arsch wirklich komm ich kann den nicht ich kann den nicht aufheben jetzt kann ich ihn aufheben alter was war denn das jetzt für ein Troll ja gut wir müssen am Eingang wieder vorbei ich bin nicht da ich wollte ja regnen bis er sich dann freigelassen hat ich war noch am Weg wo läuft zum tank oder komm schon ist ne verkackte mobgruppe und ich muss hier echt cooldowns ziehen ey das ist doch wohl nicht wahr sorry fürs ganze gejammer aber ich hab mir das nicht so schwer vorgestellt oder ich nenne es mal undankbar weil man weiß ja wer dran schuld ist wenn alle sterben seht wie sie aus sämtlichen buchstaben die der heiligen schriftrollen triefen und sie verderben sie entweihen ich würde mich an ich würde mich an Dann kommt es natürlich dazu, alle wollen ganz schnell, 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 damit der Key noch was wird und dann werden sie alle unvorsichtig. Wie man sieht, hauen sie jetzt einfach ab hier. Das kann ich natürlich super heilen dann. Wenn ich noch oben stehe und die dann direkt runter flitzen. Das wäre jetzt auch wieder tot gewesen, bestimmt. Meine Nerven! Meine armen Nerven! Der Jan wohl griff die Bestien entschlossen an, doch je heftiger er seine Gegner bekämpfte, umso furchteinflößender wurden diese. Sobald er jedoch seinen Angriff einstellte, schrumpften die Bestien fast vollständig in sich zusammen. Das war's für mich. Damit ich jetzt wieder zum Beispiel. Kannst du nicht sein? Ich werde das für uns schon zwei Mal wieder machen. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich dachte, es ist doch falsch. Ich habe das für uns schon nicht für den Chargern. Das war schon keeps losz TB. Es hat sich super auch das Victory ausf Windisch gemacht. Bis zum Beispiel! Ich bin jetzt nicht gegen den Chargern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer gibt mir meinen Frieden wieder? Wer gibt mir meinen Frieden? Wer gibt mir meinen Frieden? Klar, es läuft auf Zeit, aber ernsthaft, einfach durchrennen Das richtig schön alle auf die Schnauze kriegen, ist glaube ich nicht die beste Idee Würde ich fast behaupten Aber wer denkt schon an den Heiler? Gut, würde ich dran denken Ja Da muss ich sagen, keine Ahnung Wie soll ich denn sowas gegenheilen? Der war ja fast instant kaputt jetzt, oder sehe ich das falsch? Kein Schwein achtet auf platzend, ey Sagt mir Trink und greift in der Zeit an Womit habe ich das verdient, Alter? Womit habe ich das verdient? Bin ich echt so gemein, dass ich so bestraft werde hier So, mein Herz ist gerade auf jeden Fall schwach Gebe ich zu Ja, ne Schlange, gib mir Kraft! Geil, dass ich absolut nicht sehe, wo der Boss hinguckt, ey Dass ich da dann vom Kopf kriege Gut, jetzt, ne? Drache, ist was anderes Aber gerade Keine Ahnung, wo der immer hingeguckt hat Das war echt nur Zufall, dass ich nicht voll ins Gesicht gekriegt habe Der Schleier hat sich für meinen Augen gedüftet Vergebt mir, dass ich an euch gezeigt habe Oh, der Schad des Zweifels war irgendwie scheiße Da kann ich mich noch dran erinnern Ich weiß zwar absolut nicht mehr was, aber der war kacke Das weiß ich noch Grundlegend war der kacke, das weiß ich noch Ist schon wieder kein Mana mehr, ey Ich verliere so viel Mana Oh, ich krieg Und wieder, ey Das ist eine verkackte normale Mobgruppe Und ich muss meine scheiß Coulons ziehen, damit ich die überhaupt hochkriege Selbst dann klappt es nicht sonderlich gut Jetzt stirbt er Jetzt stirbst du Ich habe gesagt Oh, hi Hier mich doch mal des Todes hier Ja, hier Und so Danke Ok Danke Hier Hier Do Du Wenn du Wie ich die nicht hochgeheilt kriege hier verdammt, was ist das denn? Alter Lachs ey Doch Bullshit ist das Aaaaaaah Alter Mit diesem scheiß Game muss man mich einweisen ehrlich All stack here on add Hallo Seht wie mir jetzt eure Verzweiflung hervordringt Jesus Keine Chance alter Keine Chance Morgens Wie leer Dispel du bist witzig alter Was soll ich ein Dispel? Kann nix dispelnen hier gerade Dauert noch ein paar Sekündchen Morgens 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 Ne Ja In-Shoot ziehe ich mir nicht an Den haben wir sogar auch plus zwei geschafft Also leck mir am Arsch Bis zum nächsten Mal.